Ich möchte Ihnen auch sagen und bekannt geben, und zwar war das die Danzinger Inge, die keiner redet, der Edward Schmidt, der Rudi Draskowitsch, der Harald Schmidt und der Berger Prinzl. So, und jetzt geht's weiter. Standorte des Bauvorhabens. Jetzt haben wir mal begonnen. Wo? Es hat drei Möglichkeiten gegeben. Die erste Möglichkeit war einmal am Reihschulplatz, die zweite Möglichkeit war am Kreitraum hinten. Einige Sachen durchzuführen noch, und zwar die Sicherung der Geldmittel. Und so ist es folgendermaßen vor sich gekommen, doch das Land, wenn Sie einmal der Lautstunde die Möglichkeit geschaffen haben, dass auch diese Menschen ein bisschen eine Lebensqualität, die Lebensqualität der gesamten Sportbegründerung geben. Eben, ein Ziel. Vergesse unsere Torte. Die Mitarbeiter, ich würde ganz kurz aufzählen, diese Leute haben Ihnen einen enormen Einsatz und mit enormer Zeitaufwand. Und mit Begriffung möchte ich der Musiker, Edward Draskowitsch, bedanken, dass sie uns unterstützen, auch wir und dann die Leute. Ich möchte den Herrn Drittenpräsidenten, der eine gewollte dazu sagt, anscheinend. Es bleibt natürlich nicht. Sportliche Mitgier. Wir von der ASKÖ können hier nur gratulieren. Wir wünschen den Funktionären und den Beteiligten die lange Liste der fleißigen Leutenbevölkerung alles Gute zu diesem Tennisplatz wünschen. Wir wünschen den Funktionären viel Erfolg. Alle, die den Platz nützen, wünschen wir Freude am Tennisplatz und dann noch dazu ein tolles Herz und Glück. Dankeschön. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren der Musikkapelle, liebe Mitglieder des Tennisvereines. Es ist ein kleineswerfliches Fest, wenn heute diese Tennisanlage, diese neue Tennisanlage, die der Bestimmung übergeben wird. Es ist deshalb auch ein Fest, weil damit wiederum in dieser Gemeinde etwas errichtet wurde, das ohne Zweifel für die Lebensqualität in der Gemeinde hier, für die Freude hier zu leben, die Freizeit zu gestalten, beitragen wird. Also ich könnte mal sagen, was ist ein solcher Tennisplatz schon. Ein solcher Tennisplatz ist ein Sport, der ohne Zweifel etwas größer finanzieller Mittelbedarf als Fußballes war. Und wenn gerade heute der solchen Platz zu machen, hat ein Verein dann, wenn er erstens einmal untersteht, und wir vom Land dürfen dann auch immer wieder unser Schärflein dazu beizutragen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.